Es ist ruhig geworden um den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden. Seine Enthüllungen sorgen allerdings immer wieder für Aufregung. Der NDR und die Süddeutsche Zeitung hatten jetzt erneut Zugang zu den Dokumenten. Sie berichten, dass der britische Geheimdienst mehr Informationen abgeschöpft hat als bislang bekannt. Mehrere Überseekabel seien angezapft worden, darunter drei, über die auch Daten deutscher Internetnutzer laufen. Hier unterm Deich im ostfriesischen Norden verbirgt sich einer der größten Internetverkehrsknotenpunkte. Von hier aus ist Deutschland ans globale Überseennetz angebunden. Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung zeigen jetzt ein ganz neues Ausmaß der Überwachung. Der britische Geheimdienst schöpft insgesamt 14 Überseekabel ab. An der Küste Cornwalls können britische Überwachungsbehörden einfach zugreifen. Die Daten werden abgezweigt, Metadaten gespeichert, Inhalte drei Tage lang aufbewahrt. Auch deutsche Nutzer sind betroffen. Wenn man zum Beispiel eine E-Mail schreibt von Köln nach Berlin, kann es ja sein, dass einer der beiden ein Konto bei Google Mail hat zum Beispiel. Und das sind dann Server, die in den USA stehen oder in Irland stehen. Und dieser Datenverkehr, der läuft häufig über Großbritannien, über Irland und kann abgehört werden. Vor allem über drei Überseekabel leitet die Deutsche Telekom Daten in alle Welt. An zwei der Kabel ist das Unternehmen sogar beteiligt. Dass beim großen britischen Lauschangriff auch deutsche Telekom-Verbindungen ausgespäht worden sind, ist dem Unternehmen nach eigenen Angaben nicht bekannt. Wir tun alles, was wir können, um unseren Kunden sichere Daten zu ermöglichen. Aber was Sie angesprochen haben, Ihr Thema ist ein Thema, das im Zusammenhang mit Spionage steht. Und Spionage können Sie effizient nur bekämpfen durch Vereinbarungen zwischen Staaten. Weder das Innenministerium noch die Bundesregierung war bislang bereit, sich zu den neuen Ausspähvorwürfen zu äußern.